Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. In weniger als einer Stunde werden Sie das Haus durchsuchen. Ich bin kein Terrorist. Ich bin jemand, der sein Land liebt. Während der Befehl haben, ob ich hier! Ich höre nicht auf, so viele von denen zu töten, wie ich kann. Wir müssen sie auslöschen. Das werde ich mit Vergnügen. Die Zukunft des ganzen Landes liegt in meinen Händen. Haben Sie Ihren Auftrag vergessen? Den Spur, den Sie auf dieses Land ablegten? Los! Du lässt das hier und gehst jetzt! Komm schon! Gratuliere, James Harrison. Sie haben unsere Welt in Brand gesteckt. Die Zukunft des Maria Herbst ist Ihnen gefordert. Untertitelung des ZDF, 2020